Servus Leute, mein Name ist RagingRaptor und ich begrüße euch zu einem neuen Super-Tests-Vorschau-Video. Und zwar heute haben wir nicht einen, nicht zwei, sondern drei Fahrzeuge, die wir uns anschauen werden. Und das sind die drei neuen Pole Medium. Einerseits der DS, auch oben, der Boogie Tank unten und den CS44. Da dieses Video einen Ticken länger gehen wird, weil wir drei Fahrzeuge auf einmal anschauen werden, eben schauen wir uns zuerst mal den Tier 5er an, dann den Boogie und zu guter Letzt den CS44. Und damit ihr es vielleicht ein bisschen angenehmer habt, habe ich euch ein paar Timestamps dann vorbereitet, wo ihr dann einfach auswählen könnt, welchen Panzer ihr denn die Werte anschauen wollt. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass diverse Leute zum Beispiel die Stats vom 5er oder vom 6er gar nicht erst interessieren. Aber gut, dann fangen wir mit dem DS-P-Zins an oder ich weiß nicht, wie ich das aussprechen soll, wenn ich ehrlich sein muss. Es ist ein Stufe 5er Medium, der eigentlich damit brilliert, dass es einen guten Alpha hat und eine sehr, 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 sehr gute Pen. 135 auf der Standard-Munition und 175 auf der Premium. Und so sieht das dann aus im Vergleich mit dem 25TP, dem anderen Stufe 5er Polenmedium, dem T34 und dem P43. Wargaming hat selber gesagt, dass der T34 eigentlich der Panzer ist, welcher dieser DS oder allgemein diese neue untere Linie vergleichen sollte oder gleich ist. Wie schon gesagt, die Pen und der Alpha ist sehr angenehm. Ihr könnt es sehen, es ist genau die gleiche Kanone wie der 25TP. Heißt also, wenn ihr schon den 60TP erforscht habt, könnt ihr somit schon ohne Probleme die Top-Kanone auf dem 5er einbauen. Großes Problem jedoch ist 5,8 Sekunden Nachladezeit. Im Gegensatz zu 5 ergibt euch ein DPM von nicht mal 1400, während der 25TP schon 1620 hat und der P43 auch. Mit dem D35 hier habe ich einen kleinen Fehler gemacht, weil ich das nicht ändern konnte und habe leider die schlechtere Kanone, die Kanone, die halt mehr Pen und mehr Alpha hat, aber nicht guten DPM genommen. Der DPM allgemein 1400 ist nicht so nice, wenn man es eben mit dem momentanen Polenmedium vergleicht, aber ist jetzt auch nicht gerade super schlimm. Genauigkeit während der Fahrt ist 0,25, das ist Copy-Paste von 25TP und Turmgenauigkeit ist 0,12 und das ist sogar ein Ticken besser und macht es eigentlich somit mehr oder weniger die beste Genauigkeit während der Fahrt für diese vier Fahrzeuge. Genauigkeit allgemein 0,39 ist nicht schlecht und ich muss sagen, Versus 0,38 macht keinen großen Unterschied. Einzelzeit von 2,1 ist das Beste von dieser kleinen Gruppe und mit dem kann man sehr, sehr gut arbeiten. Allgemein habe ich das Gefühl, dass der DS hier extrem viel dahergibt, damit er eine snappige Kanone hat, eben eine schnelle Einzielzeit, eine mehr oder weniger gute Genauigkeit während der Turmdrehung für sein Tier. Aber ja, es ist jetzt auch nicht mehr gerade so nice, wenn man dann halt weiß, dass das Fahrzeug nur minus 8 Grad negativen Kanonenrichtwinkel hat, versus die 10 vom 25TP und jedoch 15 Grad positiven Richtwinkel hat und das ist nicht schlecht, das ist natürlich besser als die 10 vom 25TP, jedoch nicht vergessen, negativen Kanonenrichtwinkel ist viel wichtiger als positiven. Zur Mobilität und hier sieht es nicht so schlecht aus. 56 kmh Topgeschwindigkeit, 15 kmh Rückwärtsgeschwindigkeit ist nicht schlecht, ist aber auch nicht das Beste, ihr könnt es sehen im Rückwärtsgang, ja, ist er definitiv der Schlechteste aus. Man merkt, es ist ein Polenfahrzeug und nicht ein französisches Fahrzeug. Die Pferdestecken pro Donut, die sind jedoch sehr, sehr gut, 18,6 ein Ticken schlechter, als was der 25TP hat und somit ist auch da die Mobilität ein Ticken schlechter, als was der andere Polenmedium zu bieten hat. Mit 1,1, 1,5 und 2,5 auch der schlechteste Wert, aber es ist jetzt nicht ein extrem großer Unterschied. Nur ein 30 Grad pro Sekunde Wanddrehgeschwindigkeit ist völlig noch im Rahmen, ist aber auch der schlechteste Wert und Turmdrehgeschwindigkeit hat immer 45, ist auch der zweitschlechteste Wert, der schlechteste Wert gilt für den P43. Zu guter Letzt, die Überlebensfähigkeiten, 590 HP, ihr könnt sehen, 2 haben auch so viel, Panzerung 50, 40, 30 ist jetzt nicht überragend, das gleiche gilt für 50, 35 und 30 für den Turm, vor allem, wenn halt der 25TP ja 80, 50, 45 hat. Sichtweite, 350 Meter ist Standardbrett und Signalreichweite 430, ja, das ist nicht so gut. So, Zusammenfassung von unserem DSPZ. Es gibt wirklich sehr, sehr viel her, für das, dass die Kanone sehr schnell einzielen kann. Also für Stufe 5 ist 2,1 Sekunden Einzelzeit extrem gut. Und mit diesem Alpha und mit dieser Durchschlagskraft. Vergiss nicht, das Ding kann bis zu 175 Millimeter Durchschlagskraft haben, wenn man Premium Munition verwendet. Und das ist eigentlich auch völlig in Ordnung, muss ich sagen. Also die Kanone ist wirklich sehr, sehr gut, plus sie ist ja eigentlich die gleiche Kanone wie der von 25TP. Ich habe das momentan mal nachgefragt und das ist sehr angenehm, das ist sehr, sehr gut. Weil es erlaubt euch halt, wenn ihr zum Beispiel den DSPZ halt grindet und die andere Linie schon durch habt, dass ihr da schon die Top-Kanone freigeschaltet habt. Soweit ich aber auch weiß, ist die Stock-Kanone auch nicht gerade super schlecht bei dem Ding. Heißt also, für die Leute, die neu mit dem Polentree anfangen, kann der Medium-Baum zumindest bis Stufe 6 sehr angenehm sein zu grinden. Denn man hat dann die besseren Kanone für den Stufe, für den Heavy-Baum. Und ja, natürlich die Crew, genau das gleiche wie der 8er, der 9er und der 10er. Kommandant, Richtschütze, Fahrer und Ladeschütze. Jetzt gehen wir zum Boogie-Boogie-Boogie. Und das hier ist auch wieder so ein bisschen ein Oddball. 240 Alpha Medium. Ist somit eigentlich auf der Höhe wie der 40TP, der ja auch 240 hat. Und ja, schauen wir uns das gleich mal an. Es ist die gleiche Kanone wie die von 40TP. Und das ist doch mal angenehm, weil der 40TP ist ein sehr, sehr schlechtes Chassis, meiner Meinung nach. Und ich kenne auch Kollegen, die sagen, das Ding ist, ich möchte mir die Birne wegschießen, weil das Ding so schlecht ist. Aber eben, 240 Alpha, 156 mm Pen ist auch nicht zu unterschätzen. Und fast 200 mm Durchschlagskraft ist auch nicht schlecht, auch der Premium. Da muss ich aber sagen, vergiss nicht, Skoda T40 hat eine 220 mm Heat, die ziemlich gut ist. 1777 DPM ist besser, als der 40TP hat. Ist aber schlechter, was die beiden anderen 240, 220 Alpha Mediums haben. Für die Leute, die fragen, ja wieso hast du nicht mehr Fahrzeuge aufgelistet? Hey, ansonsten würde das Video zu lang werden und das eventuell zu klein, um das für euch noch gut sichtbar zu sein. Weil es gibt ja auch Leute, die gerne auf dem Telefon zuschauen. Ja, wirklich 8,1 Sekunden Nachhaltzeit, mit dem kann man arbeiten. Aber ihr könnt sehen, vor allem mit Skoda oder auch mit P43 bis, da ist schon ein Unterschied vorhanden. Zu den Genauigkeitswerten, da ist auch nichts Spezielles, 0,4 ist das gleiche wie die beiden hier. Aber der Skoda ist da noch ein Ticken besser mit 0,37. 2,5 Einzelzeit, hier ist es schon ein bisschen länger. Also besser als 40TP, weil 40TP schlecht ist. Aber nicht ganz so gut wie die P43 bis oder aber auch Skoda. Interessant jedoch ist, die Wangenauigkeit und die Turmgenauigkeit für die 90mm ist genau die gleiche wie der 40TP. 0,22 und 0,14. Was nicht schlecht ist für dieses Tier, vor allem wenn man es mit dem Skoda vergleicht. P43 bis ist mehr oder weniger ausgeglichen, weil ihr verliert jetzt zwei, aber hier kriegt ihr wieder zwei mehr. Ihr seht aber auch, Turmgenauigkeit 100mm. Leider haben wir die Statistiken für diese Kanone noch nicht, aber der Boogie-Panzer wird eine 100mm Kanone haben, die einen kurzen Lauf haben wird und anscheinend die starke, ich zitiere jetzt Wargaming, eine starke HE und AP haben wird. Also es könnte sogar sein, dass Wargaming hier mit dem Boogie-Panzer eventuell die erste 300 Alpha-Kanone auf Stufe 6 ins Spiel bringen könnte. Wie gesagt, das ist reine Spekulation. Einzig und allein, wir wissen, dass es eine 100mm Kanone sein wird für den Boogie. Interessant, ob es wirklich was Gutes ist. Zu guter Letzt, 8 Grad negativen Kanonen-Richtwinkel, das ist auch völlig in Ordnung, muss ich sagen. Mit dem kann man arbeiten, ist sogar der beste Wert, gepaart mit dem 40 dp. Und 20 Grad positiven Kanonen-Richtwinkel, das ist auch völlig in Ordnung, mit dem kann man sehr, sehr gut arbeiten. Lustigerweise, 75 Schuss, das ist viel für ein Medium. Vor allem, das sind 90mm-Kugeln, die sind nicht gerade klein. Keine Ahnung, was Wargaming sich da gedacht hat. Noch guter Letzt, die 35 Grad pro Sekunde, hier im Vergleich, könnt ihr sehen, ist nicht schlecht, aber auch nicht gerade cool. Zur Mobilität, und die ist mal gar nicht mal so schlecht. 55 km hat Top-Geschwindigkeit, mit dem kann man läden, ist der beste von den dreien hier. 11 kmh Rückwärtsgeschwindigkeit. Yikes. Das ist schlecht. Das ist wirklich schlecht für den mittleren Panzer. Ich kann mir vorstellen, wie so das ist, und das sehen wir dann gleich in der Überlebensfähigkeit. Aber 11 kmh, uff, das ist ein Dick-Sized-Uff. Jedoch, gutes Pferdestecken pro Donnerverhältnis 17,7 und ist somit das Beste, was wir hier haben. Vor allem im Vergleich zum 40 dp. Und zu guter Letzt auch 1,5, 1,7, 2,7 Terrain-Resistenzen. Die sind leider die schlechtesten von allen, und das sogar beim großen Teil. Ja. Und Wanderegeschwindigkeit 34 Grad pro Sekunde ist auch der schlechteste Wert, auch bei einigen Grad. Aber eben, Überlebensfähigkeit. Luftwärtsfähigkeit 48 Strukturpunkte, durch und durch, das ist erkennen. 80 mm Panzerraum, auch nicht schlecht. 60 mm, mit dem kann man leben. 40 mm, ja, ist das Heck halt, ne. Turm 100 mm, das ist mal schon ein bisschen besser. Vor allem gegen Stufe 5 oder sogar Stufe 4, er könnte mit dem Fahrzeug ordentlich in einer teilgedeckten Stellung spielen. Vor allem mit dem 8 Grad negativen Kanonenrichtwinkel. Klar ist es nicht so gut, dass was der 40 dp hat. Aber das ist das Einzige, was der 40 dp hat, sind wir mal ehrlich. 360 m Sichtweite, ist auch völlig in Ordnung. Natürlich nicht so gut wie der Skoda. 370 wäre geil gewesen, weil da würde man mit einer guten Crew, mit Optiken und mit den Lüftungen, sowie aber auch mit Ration auf 445 m Sichtweite kommen, was sehr stark ist für einen Stufe 6er. Alles in allem sieht der Boogie aus wie ein Panzer, der einfach ein, ganz einfach, es ist ein Upgrade über den 40 dp. Weil der 40 dp ist einfach Abfall. Und das Upgrade sieht sehr gut aus. Vor allem die Mobilität finde ich sehr angenehm. Und es kommt natürlich noch darauf an, wie ist denn ganz genau die Panzerung. Ihr könnt sehen, die Wanne ist ordentlich da gekrümmt oder angewinkelt. Und der Turm ist auch ein bisschen abgerundet. Könnte also heißen, vor allem gegen Low-Tier-Fahrzeuge könnt ihr einen ordentlichen Bouncer mal kassieren. Und eben 8 Grad negativer Kanone-Richtwinkel. Das ist super angenehm, um damit zu spielen. So. Zu guter Letzt noch den CS44. Der zweite Stufe 6, 7er Medium mit einer 300 Alpha-Kanone. Ja, schauen wir uns das doch gleich mal an. Im Vergleich haben wir den 45 dp. Ich weiß, dass es ein Heavy, aber es ist halt der 7er Polen, den ich gerne als Vergleich nehmen wollte. Den T43, weil ich ja wirklich immer gesagt habe, es sei ja gleich oder in die Nähe dieser Panzerlinie. Und den Leo, den ersten Panzer mit einer 300 Alpha-Kanone. Und ja, ihr könnt sehen, 300 Alpha, 168 Millimeter Standard-Pen, ist sehr gut im Vergleich zum Leo mit 155. Und ihr habt eine Heat, die 220 Millimeter Durchschlagskraft hat. Das ist für Stufe 7 immer noch vollkommen vorhanden und vollkommen okay. Okay, 12 Sekunden Nachladezeit, das ist jedoch sehr, sehr lange. Und ihr könnt sehen, ich habe nur einen Base-DPM von 1500 im Vergleich zum Leo sein 1600 oder sogar den 2000 des T43. Jedoch möchte ich gerne anmerken, auch wenn es etwa eine Minute dauern wird, Base-DPM mäßig, einen Stufe 8er Heavy zu zerstören, Dürfen, darf man nicht vergessen, 300 Alpha, das schmerzt auch bei Stufe 9 an Fahrzeugen, vor allem auch bei Stufe 9 an Mediums. Also wenn ihr diesen Panzer wirklich gut spielt, könnt ihr ordentlich Chaos für sowas ursachen mit dieser hohen Alpha. Genauigkeitswerte sind auch noch ziemlich interessant. Wangenauigkeit ist 0,2, das ist völlig in Ordnung, ist besser, was 45 TP und T43 hat, ticken schlechter, was der Leo hat. Turmgenauigkeit von 0,12 ist auch nicht schlecht, das ist sogar gleich, wie was der Leo hat und besser, was die beiden anderen haben. Dazu kommt, Leo hat 3 Sekunden Einzelzeit, der CS-544 hat 2,1. Das ist enorm gut und jetzt verstehe ich auch, wieso Wargaming sich höchstwahrscheinlich dafür entschieden hat, dem Panzer nur 1500 Base-DPM zu geben, weil eine Kanone, die so schnell einzielen kann, die dann 300 Alpha verteilen kann, das ist sehr stark. Weil ich weiß, viele Leute, die sagen, ich mag den Leo nicht, weil die 300 Alpha Kanone so lange einzielt. Das ist ein sehr, sehr valides Argument. Und hier kommt der CS-45 an mit so einer besseren Einzelzeit, also die ist wirklich stark. Dazu kommt, dass er noch genauer ist als der Leo mit 0,4. Und mit dem kann man sogar arbeiten, wenn es ja eine 300 Alpha Kanone ist. Jedoch 6 Grad negativen Kanonenrichtwinkel, das ist das Schlechteste von den dreien hier, ist auch nicht so ein guter Wert, mit dem muss man sich gewöhnen, wenn man vorhin ja schon 8 Grad hatte und dann auf Stufe 8 dann wieder 8 Grad hat. Außer der Premium, der ja auch 6 Grad negativen Kanonenrichtwinkel hat. Positiv 15, das ist in Ordnung, das ist nicht ein schlechter Wert, mit dem kann man leben. Zu guter Letzt, Turmdrehung, 42 Grad, ist in Ordnung, wenn man es hier kurz vergleicht. Ihr könnt sehen, es ist besser, was der Leo hat, besser, was der 45 TP hat, aber nicht so gut wie der T43. Mobilität, völlig in Ordnung. 50 kmh Top-Geschwindigkeit ist nicht so schnell wie der Leo, da ist er der König. 17 kmh Rückwärtsgeschwindigkeit ist auch in Ordnung, mit dem kann man sehr gut leben. 18,3 Pferdestärkung pro Tonne, zweitbester Wert von den Vieren hier, nur der Leo ist besser. Und wie gesagt, der Leo ist ja dafür bekannt, dass er Speedy Gonzales ist. 42 Grad pro Sekunde Wanddrehgeschwindigkeit, das ist auch ein sehr, sehr guter Wert, ist sogar der beste Wert und die Terrainresistenz mit 1,1, 1,5 und 2,2 sind jetzt nicht gerade. Gut, aber sie sind jetzt auch nicht überschlecht wie vorhin beim Boogie-Panzer. Jetzt, die Überlebensfähigkeit, die ist komisch. 1.100 Strukturpunkte, das ist Standard eigentlich auf Stufe 7 für Mediums. 140 mm Frontpanzerung jedoch, das ist nicht Standard. Das ist heftig. Das ist in der Theorie mehr, als was der 45 TP hat. 150 mm Turmfrontpanzerung, das ist ein sackstarker Wert. 370 m Sichtweite, mit dem kann man arbeiten, mit dem kann man Optiken benutzen. Das ist echt stark. Wirklich. Das Problem ist, wenn wir uns nochmal das Modell hier anschauen, wie ist die Panzerung aufgeteilt? Ist es nur hier, in diesem Teil hier, dann sind diese Frontpanzerungen nicht so nice. Am Turm sieht sie doch ein bisschen anders aus. Also Turm sieht schön anbegründet aus und vor allem, wenn ihr Top-Tier seid gegen Stufe 5er und Stufe 6er, könnte es gut sein, dass eure Panzerung ein Doppeldaumen hoch sein wird. Ein wirklicher Doppeldaumen hoch und mit dem ihr sehr gut arbeiten könnt. Gegen gleichgesimmte Fahrzeuge kann es immer noch in Ordnung sein. Es kommt darauf an, wo diese 140 mm Platte ist auf der Wanne und wie der Turm ganz genau aufgebaut ist. Nichtsdestotrotz sind das Werte, die für diese Geschwindigkeit hier sehr stark sind. Wirklich. Und das macht den CS44 ein sehr, sehr interessantes Medium. Und da ich so oder so den Leo gemocht habe, dann könnt ihr mir gut vorstellen, dass ich auch den CS44 mögen werde. Und ja, somit zur Konklusion von den dreien Fahrzeugen. DS, den ersten Panzer der Stufe 5er, sieht in Ordnung aus. Nichts Spektakuläres. Da muss ich sagen, da fahre ich lieber meinen 25TP. Der Boogie-Panzer sieht auch interessant aus. Kommt darauf an, wie die 100 mm Kanone sein wird. Und ich glaube, den kann man sogar ordentlich mal was Interessantes machen. Er ist nicht einzigerartig, aber er ist auch nicht langweilig. Und der CS44, der sieht sehr interessant aus. Vor allem diese schnelle 2,1 Sekunden Einzielzeit. Die finde ich persönlich, die sieht sehr gut aus. Und darum, ich freue mich auf den CS44. Allgemein finde ich es lustig, dieser neue Baum sieht ein bisschen mal wieder anders aus. Es ist nicht alles mehr oder weniger gleich, wie die letzten paar Bäume waren. Sondern es fühlt sich so an, als wäre jeder Panzer ein bisschen einzigartig. Der Stufe 5er, super gute Pennen und ordentliche Alpha für seine Stufe. Stufe 6er, geiler Alpha für seine Stufe, ordentliche Mobilität. Mit dem kann man arbeiten. Stufe 7er, super geiler Alpha für sein Tier. Geniale Einzelzeit, gute Mobilität und eventuell sehr starke Panzerung. Der Stufe 8er hat auch eine ordentliche Alpha, eine gute Kanone, eine ordentliche Mobilität. Der Stufe 9er, eure klassische 390 Alpha Kanone, mit denen man arbeiten kann und völlig in Ordnung ist. Und der Stufe 10er heißt Speed. Also wirklich interessant. Es sieht interessant aus und ich freue mich, wenn dann diese Fahrzeuge zum Testen bereit sind. Und ich muss auch sagen, ich kann mir gut vorstellen, da diese Fahrzeuge jetzt schon ihr Schadensmodell, Entschuldigung, ihr Modell gekriegt haben, ihr habt sie gesehen in den Bildern. Kann ich mir gut vorstellen, dass es gar nicht mehr so lange geht, bis dieser Baum rauskommt. Also, ich schätze mal, Mitte Juli kommt der Testserver und Ende Juli spätestens könnte das Update kommen. Jetzt ist die Frage, wird dieses Update dann zusammen mit den Änderungen am EBR, am Prochetto, am 430 Uhr, am EN-Hund, am IS4, am E5 kommen oder nicht? Oder wird es ein einzigartiges Update sein? Das ist etwas, das könnt ihr auch mal in den Kommentaren spekulieren. Lass mich wissen, was ihr von den Fahrzeugen findet und natürlich gebt mir noch ein bisschen Feedback, wenn ihr irgendwelches habt. Ich weiß, das ist die traditionelle letzte Teil unseres Videos und ich muss sagen, in einem heutigen Video bin ich sehr mitzufrieden. Ich finde, dass ich dieses Mal, und ich weiß, Eigenlob stinkt extrem, ich finde, es kam für mich persönlich sehr gut drüber. Ich habe eine kleine Änderung gemacht, wie ich die Statsheets der Vergleichspanzer benutzt habe. Lasst es mich wissen, ob ihr es gesehen habt, was es war. Für mich persönlich sieht es aber viel professioneller und viel angenehmer aus. Und ja, wenn ihr neu beim Kanal seid, vergesst nicht zu abonnieren, weil, hey, wenn ihr es schon so lange gemacht, nicht gemacht habt, aber ausgehalten habt mit mir, dann ist es doch ein Abo wert, denn ich probiere weiterhin euch immer auf dem neuesten Stand zu halten, wenn es um World of Tanks Sachen geht. Mein Name ist Raging Raptor, danke euch für das Zuschauen, viel Glück auf dem Schlachtfeld und mir noch viel Glück bei den letzten Prüfungen. By the way, es könnte ja doch sein, dass nächste Woche, wenn was Neues rauskommt, ihr leider erst verspätet ein Video dazu gekriegt, weil Prüfungen sind wichtiger als Videos. Danke vielmals Leute, bitte verschmelzt nicht bei dieser Hitze und bis zum nächsten Mal.